Ähm, ja, dieses Mal sind wir wieder in der Anhalation und ähm, ja, ich hab jetzt länger nicht gespielt, deswegen sind die meisten meiner Waffen nicht mehr da, das heißt, ich renne jetzt mit den Waffen rum, die ich jetzt einfach habe. Okay, äh, das war eine Überraschung. Ähm, suchen wir erst mal hier rüber. Okay, äh, na denn? Okay, geh. Komm schon, nachladen, verdammt. Uh, okay. Äh, was, das sind ja nur Bots? Oh Gott, wieso bin ich denn nur bei Bots drin? Das ist jetzt, ah, jetzt ein richtiger Gegner. Oh Gott, wenn ich damit mal treffen würde hier. Ähm, 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 ähm. Ähm, ähm. Okay, wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht einen... Denn das war vielleicht ein wenig, äh, naja, übertrieben. Mit dem Messer sich ans Sniper anschleichen ist schon, äh, nicht wirklich das Beste, was man machen kann. Oh Gott, nein, 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 nein. Wow, also irgendwie, äh, haut's grad gar nicht hin mit meinen Waffen. Vor allem hab ich nur einen Waffenslot und nicht drei. Hm. Das sieht doch schon besser aus. Boah, die Waffe eiert ja auch rum, blöde. Uah, haben wir nicht irgendwo einen Sniper? Sniper wär wohl einfacher. Hm. Ja, ausgerechnet der, natürlich, natürlich. Hm. Na klar. Du, mich auch. So wie das. Oh, das war natürlich, äh, ne. Oh, das war natürlich, äh, ne. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir hier nicht ein paar Minuten erwischen können. Wups. Bisschen zu lang gebraucht. Bin auch den Kerl nicht grad erkannt. Das ist... Ich hab mich doch grad geblückt. Oder geducht, besser gesagt. Äh, aber nun, ja. Manchmal ist es eben blöd. Oh, das war's.